Herzlich Willkommen bei ZF on Air aus Berlin. Bei uns geht es um das Thema E-Mobilität und zu Gast ist heute Tobias Hofmann. Tobias, was machst du bei ZF? Ja, ich bin bei ZF der technische Projektleiter für den elektrischen Antriebsstrang für die Formel E für das Team Venturi. Alles machen wir im Zeppelin. Tobias, erzähl mal, warum engagiert sich ZF so im Motorsport? Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Nur um die zwei wichtigsten zu nennen, ist natürlich der Rennsport ein ideales Umfeld, um neue Technologien im extremen Umfeld zu erproben. Und zum anderen, was viel, viel wichtiger ist, ist, dass wir die Erkenntnisse, die wir hier aus diesem Projekt auch direkt in die Serie einfließen lassen können. Für das Formel E Team Venturi kommt von ZF ja nicht nur die E-Maschine, sondern auch Getriebe und Leistungselektronik. Worauf kommt es da an bei diesem Gesamtsystem? Ja, ZF ist ein Systemlieferant im Bereich der E-Mobilität. Das bedeutet, wir entwickeln alle Komponenten. Wir wissen genau, wie die Komponenten aussehen müssen und zusammenspielen müssen, dass daraus ein optimales Gesamtpaket entsteht. Kannst du da ein genaues Beispiel geben? Ja, bei der Formel E ist natürlich das Thema Effizienz sehr, sehr wichtig. Deswegen achten wir darauf, dass unsere Komponenten bereits von Anfang an eine hohe Effizienz haben. Das erreichen wir mit einer optimalen Kühlung und Schmierung. Außerdem kombinieren wir das mit dem Thema Materialwissen. So setzen wir zum Beispiel auch Carbon ein, um ein sehr niedriges Gesamtsystemgewicht zu erreichen und kombinieren das noch zusammen mit unserer Software, um daraus noch das letzte Quäntchen an Effizienz herauszuholen. Naja, man merkt, da wird richtig viel Kompetenz aufgebaut. Fließt die dann auch in die Serienentwicklung ein? Selbstverständlich fließt die in die Serienentwicklung ein. Zum Beispiel bei dem Thema Silizium-Cabit. Eine relativ neue Technologie im Bereich der Leistungselektroniken, mit der ich die Effizienz des Systems nach oben treiben kann, also die Verluste senken kann. Und das bringt mir im Fahrzeug mehr Reichweite bei gleicher Batterie. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank Tobias und ich würde sagen, jetzt genießen wir noch ein bisschen die Aussicht hier.